Musik Weiter geht es mit einer schaurig alten Folge Dying Light 1 In der letzten Folge wollten wir eigentlich eine andere Mission machen Und dann bin ich einfach mal nach hier gelaufen und ja, siehe da, Museum Tadaa, wunderbar Schön, ja, wollte ich absolut nicht hin Die Gegner habe ich in der letzten Folge auch schon gesehen Ja, er hat schon was gehört, der Sack Ähm, ja, wünsche mir viel Spaß So, legen wir mal los hier Ist er gestolpert? Da war gar nichts, Junge Okay, das war's mit ihm Oh, das ist so wichtig gewesen, ne? Jetzt haben wir nämlich Munition Und Kohle, gib mir die Kohle Lecker, lecker Meins Was haben wir denn hier noch? Können wir hier irgendwas looten? Irgendwas nachgucken? Warte, ich nehme mal die Wumme hier in die Hand Die Machete Nö, aber ich sehe jetzt hier nichts, was man noch looten kann Hier ist nix, hier ist nix Man muss sich ja immer ein bisschen Ein bisschen umgucken, weißt du? Ein bisschen Vielleicht ist irgendwas versteckt Guck mal hier, eine tote Taube Hätten wir so sonst nicht gesehen Äh, ich hab ja Bock da reinzugehen, ne? Richtig Bock, okay Lass uns die Scheiße durchführen Kein Crane Wir sehen uns wieder Letztes Mal hast du mir was genommen Jetzt hab ich dir was genommen Zum Handeln ist es zu spät, Reis Ich verschwinde hier mit Jade Oder mit der einen Hand, die du noch hast Überleg's dir Du kannst dich einfach fordern, sie zu haben, Crane Du musst sie dir verdienen Los Ja, ja, go, go, go Hier wird nochmal eine ganz ekelhafte Nummer Sag ich dir Okay, warte, wir machen mal die Taschenlampe aus Nein, mir gefällt hier gar nichts, ja Wow, was? Okay, hier vorne haben wir noch einen Na komm schon, als ob Er wirft eine Nate? Scheiße, doch nicht Oh, Crane Was tust du mit mir? Toll Das war der Anfang, Leute Ha, ha, ha Ja, ja, ja Wow Nein, nicht schon wieder Gott, ich denk dann immer, ich will zielen Aber Der zielt nicht so richtig Sondern der zielt erst, wenn ich den Scheiß Stick hier reindrücke Erst dann Zielt der junge Mann So traurig Ich mag das gar nicht, dieses Visieren Aber das ist Dein Light 1 typisch Oder Dein Light typisch Bin ich hier weiter? Nein Okay Wie ein Profi Was? Du kannst mich doch noch gar nicht sehen, du Sack Nein Eigentlich nicht Da ist er Dass sie auch So Granaten dabei haben Ziemlich Ziemlich scheiße Na komm raus So, dich haben wir Wo ist der Rest? Oben? Jungs, seid ihr oben? Ja, okay, alles klar Okay Hey, ruhig Oh, verdammt Zwei Junge Mann Männer Oh Mann Gefällt dir das? Nein, absolut nicht Ich muss Ich muss Heal Ich hab mich schon Ja, ich bin gerippt Wie soll ich gegen Tahir gleich kämpfen? Okay, den haben wir Wir haben Bestimmt viel Schusskraft dann Feuerkraft Aber Das hilft uns alles nichts Im Kampf Gegenteil hier Ist das alles, was du zu bieten hast? Ich kann den ganzen Tag so weitermachen Okay Hey, hey, hey Wo? Ah, Mull Gib her Was? Verarsche Gott, wo sind die Säcke mit Ohren denn? Guck mal, hier Noch nie entdeckt Und Schild hab ich auch Toll, Crane Das ist ne Holztür Kannst du da nicht Gegentreten oder so? Okay, der ist weg Hat der sich Selber gekillt? Was? Was? Alter, die sind so gut, ne? Naja, eigentlich nicht Aber Zusammen sind die echt gut In einem Team Sind die unschlagbar Naja, nicht ganz Das zeig ich euch ja jetzt Haha Warte Mal gucken, wo die Wichser sind Ja Oh Scheiße Trottel Autsch Das hat ziemlich weh getan Ja Seh ich hier durch? Ne, ne? Ne, hier kann ich nichts durch Erkeng Erkeng Lukeng Boah, guck mal da oben Da, jetzt läuft er wieder Lass mich den Spacko doch hier wenigstens looten Was? Alter Da oben ist er Was hat er gesagt? Der bumst mich in den Arsch? Das ist ziemlich homo, Junge Ziemlich Wir müssen gucken, dass wir die hier von ganz weit weg holen Weil sonst Wie er schon gesagt hat Äfft er mich in den Arsch Denkst du, das schaffe ich? Was? Crane hat sich die Beine gebrochen Der ist weg Ach, er tritt mir in den Arsch Sorry, falsch verstanden Immer ruhig, Junge, hier Immer ruhig Ich will dir nicht Ja, doch, eigentlich schon Tut mir leid, hab gelogen Wo bist du? Ah, Junge Dein Kopf steht doch raus Schlecht Ein Wow Scheiße Alter Der tägliche Schrecker ist dabei Wunderbar Alter, woher soll ich denn bitte wissen Dass der genau da rauskommt? Also ich bin kein Trottel, ja Aber Das macht mich fertig Macht mich einfach fertig Da ist doch einer Ich wollte doch was sagen Okay Okay Neun Komm schon, Crane Komm schon Hoch mit dir Ach, wird das lustig Kommt ja auch gleich noch einer raus Wahrscheinlich, ne? Ich erschrecke mich wahrscheinlich wieder zu Tode Mull Ich brauche Mull, Leute Okay Okay, hier geht es nochmal eine Etage höher Aber hier kann ich nirgendwo rein Okay Okay, die sind da drin Weg mit ihm Komm raus Yes Dich haben wir Ah, ein Paketchen Sehr gut Direkt Eingepackt Ready zum Mitnehmen Wunderbar Okay, Crane Versuchen wir es Oh nein Bruder Okay, hier ist zum Glück nichts Hier ist erstmal Ruhe Kann ich vielleicht noch ein bisschen was looten Irgendwas? Ein bisschen Loot? Dieser Mann braucht Loot Ohne Loot kann er nicht leben Kein Leben ohne Loot Daher das Sprichwort Ach komm, alles versetzt Alles versetzt Ich schieße ihm in die Hand Oh, ich wollte schon sagen Der hat reingeknallt Was? Noch mehr? Als ob Habe ihn wegen der Dreckskimmer nicht gesehen Okay, wenn wir jetzt hier drauf gehen Dann lasse ich mich drauf gehen Weil so viel Medikits haben wir nicht mehr Na komm raus Na komm Na komm Ich warte Ich warte Okay Zu viel Puh Uff Ich bin gleich dead Steht Steht er hier hinter dem Schild? Ja Steht er Stand er Er ist jetzt tot Ah Alter, was? Nein Oh Mann, ey Guck mal, wie sie da durchschießen Die letzten Reudigen Guck mal, wie er da durchschießt Der Sacklord Sacklord vom Dienst, ey Warte, was ist damit? Das zählt doch, oder? Das zählt doch, oder? Schieß mal Yes Aha Was macht ihr jetzt, hä? Die Frage ist, wie lange hält mein Schild das aus? Ah, ja, da sehe ich Ach, come on Als ob Wofür benutze ich denn das Scheißschild? Guck, guck Ich kann mich leider nicht hinlegen Hinlegen wäre noch eine coole Funktion Ich stehe auch hier ein bisschen scheiße So, du bist da Du bist da Das dürft ihr doch wohl hinkriegen, oder? Ich muss jetzt hier hinter dir Kann ich ihn wegholen Und ihn auch Oh, Mann Sie bekommt nämlich meinen Besuch Gib dir mehr Mühe Du musst sie gehen, bevor sie wieder fressen wird Wie? Erklär es mir, wie? Wie kann das sein? Wo ist er hin? Irgendwo muss der Feind ja sein Okay, da ist einer Komm schon, lass ihn schießen Lass ihn schießen Wow Der Sack bewegt sich Okay, genau über mir ist einer Der darf mir jetzt nicht irgendwie ins Kreuz schießen Wo ist der? Der ist genau dahinter, oder was? Kannst du mir doch nicht erzählen Kann ich hier nicht mit Wurfhaken hoch? Scheiße Binst du erschöpft? Ah, generell Blöd Wo? Wo schießt der Hippie schon wieder? Okay, der ist da Okay, warte mal Der über mir ist Geht jetzt gerade Rüber Okay, dich haben wir Als ob Er legt hier alles nieder Ich muss erst healen Ein Schuss kann ich maximal noch geben Oder schlucken Yes Jetzt darf hier nur keiner mehr sein Okay, jetzt kommt die Zombie-Horde Boah, dass er mich hier nicht geholt hat, ne? Also von hier einfach draufballern Gar kein Problem Aber nö, er wollte nicht Ja gut Dann lass ich ihn auch Einfach so sein Hier, komm Ich muss alles Fuhl haben Yay Schön, oder? Ah Guck euch das mal an Da ist sein Kopf Und da tropft immer noch seine Leiche Widerlich So, hier kommen doch bestimmt jetzt Reißschläger, oder nicht? Ja Kann man auch bestimmt gut Points farmen Hier unten, oder? Ein paar Mollis Sackgesicht Ja, ja, ja Warte du mal ab Ich hab noch ein paar Ganz, ganz schöne Sachen für dich Ja, genau Du hast mich gesehen Dein Kollege aber nicht Ha Und jetzt auf die andere Seite Wo ist er? Da hängt er Boah, zu zweit macht das bestimmt auch unglaublich Bock, oder? Ich hab's leider nie zu zweit gespielt Na, kommt der Sack jetzt auch mal rüber, oder? Oder raus, oder was weiß ich Okay Hier sind wir mal weitestgehend safe Ein Sack steht da natürlich noch Oder? Haben wir ihn direkt weggeholt? Ist er dead? Hallo? 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 Okay Dead Geil Geil Oh no Mach als ob So, geht doch Tschüss Und Wow Das ist dieses 3D-Kino Von dem die Leute immer reden Aha Zombie Warum? 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 Alter Das gibt es nicht Der ist immer noch nicht tot Die halten so ekelhaft viel aus, ne? Und ich bin gleich mal gespannt auf Tahir Da werde ich 300 Mal drauf gehen Okay, Infizierte töten Alles was hier hinter ist wahrscheinlich Na komm, da können wir uns wirklich mal den Luxus gönnen, ja? Und die hier einfach abschießen Den Luxus gönne ich mir jetzt einfach mal Wenn ich treffe Noch einer Ach du So, noch wer Ach du Oh, der hat gesessen, oder? Du lebst immer noch Das war ein Schuss in den Schädel Junger Mann Alter Er hat immer noch nicht genug Jetzt aber Ich wollte doch schon sagen Irgendwann ist es auch vorbei Die sind einfach zäh, die Viecher, ne? Die hier Ein Schuss Den down Halt die Fresse Der hier Der will immer mehr Ohne das geht's gar nicht Scheiße Uff Gib mir das Päckchen Das auch Alkohol Alkohol Sehr wichtig Eigentlich müsste man hier die ganzen Zombies smetzeln Damit man genug Medikits hat Ich hätte mich natürlich auch ausgerüstet Medikits gekauft Medikits hergestellt Gelootet und alles Aber nein Ich muss ja Blöd wie ich bin Direkt Stumpf ins Museum laufen Ja Hast du nun davon Du Trottel Kippen hab ich jetzt Geil Uff Jade Oh nein Oh nein Was haben sie mit dir gemacht Geht's gut Taira hat mir einen übergezogen Bevor er mich hier reingesteckt hat Bin sofort Wieder auf dem Damm So lange kann ich nicht warten Skorpion Das bisschen Zeit Das euch noch bleibt Verdankt ihr mir Da du die Antennen repariert hast Konnte ich jedes eurer Gespräche mitverfolgen Wie habe ich dich wohl gefunden Skorpion Oder den guten Dr. Kent Wie habe ich wohl die Verbindung zwischen den Sektoren unterbrochen Ich Führe Regie in diesem Stück Und Da ich Seras Daten habe Tutte Gia-Ri exakt das was ich sage Und das Bedeutet Ihr seid beide Nutzlos Karriere Ja wir wollen natürlich Äh Wow Scheiße Schau dich an Ich ziehe die Fäden Und du tanzt Ja Schön Tanz 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 Ich muss irgendwo hochklettern Aber deine Einstellung Passt nicht Betrachte es als charakterbildende Maßnahme Scheiße Uff Dass ich der noch einen Headshot verpasst habe Legendär Scheiße Lady Ja alter Junge Das ist unmöglich Meine Fresse Ich verliere jedes Mal drecks tausend Points Wie Wie Jetzt mal ehrlich Wie Wie Die kommen an Hauen die aufs Maul Das interessiert die nicht Dass du da jetzt Maschinengewehr hast Juck die gar nicht Drecksviecher So Sobald noch mehr kommen Guck mal die sind so zäh Kriegst du nicht tot Dropkick vielleicht Ein bisschen mehr Kicken Kann ich nicht looten Oh no Das wird ja ätzend So Ich nehme natürlich erstmal alles mit Damit es der Scheiß ja auch gelohnt hat Jade Okay der liegt einfach immer noch Eins Moll Moll ist so wichtig Okay ich stelle mal kurz ein paar Medikits her Mal gucken Wir haben Vier Scheiße Das ist nicht gut Definitiv nicht Vier Medikits Die sowieso Nur Naja Über einen gewissen Zeitraum heilen So Ist tot Tot Ist gut Wir müssen hier raus Ich glaub das hat Nick gebracht Jade du Bist du verletzt Du wurdest doch nicht gebissen oder Alles gut Alles okay Muss nur mal durchschnappen Nichts ist okay für Jade Sie wurde bereits vor ein paar Stunden Durch einen Biss infiziert Warum sie das wohl nicht erwähnt hat Ein Beißer Am Bein Das braucht dich nicht zu kümmern Und wieder stehst du vor einer Wahl Cray Dein lieber Skorpion wird bald mutieren Und du auch Wer bekommt das Antizien? Wer wird mit dem Leben davon kommen? Du entscheidest Jade hier Nimm das Nein Mach schon Ich hab noch genügend in mir Du brauchst es viel dringender als ich Crayne Du musst mir eine Sache versprechen Wenn der Moment kommt Bist du es der mich erledigt Was? Nein ich Versprich es Jade Ich kann Oh Crayne Du musst eine Entscheidung fällen Crayne Kannst du mich hören? Ja natürlich Jade wo bist du? Wir sind drei Meter entfernt Jade 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 Du musst mir zuhören Crayne Crayne Ich höre Lady Crayne Crayne Kannst du mich hören? Hallo? Ja rede doch Jade Wo bist du? Hörst du? Oh no Der arme Irre wird irre Okay versuchen wir es mal da hinten Du musst mir zuhören Crayne Wo ist sie denn? Wo hast du dich versteckt Jade? Ich weiß dass du mich retten wolltest Nicht jeder hätte so selbstlos auf das Antizin verzichtet Hat ein bisschen was von Far Cry oder? Aber dafür ist es jetzt zu spät Zu spät für mich Ach krass Guck mal da Hab ich auch noch nicht gesehen Kommt wir auch glaube ich gar nicht hin Ein Teddybär Können wir nicht fingern Gibt noch ein E-Stack mit dem Teddybär Das machen wir auch mal Eine Zeit lang gab ich dir die Schuld an Amir Tod Ich wollte dich umbringen Aber dann wurde mir klar Dass Amirs Zeit gekommen war Wo muss ich hin? Ah hier Bin ich auf nem Trip? Ich glaube ich bin voll im Trip Wow Ich hab mir irgendwas reingepumpt Was nicht in Ordnung war What? Scheiße Mein Kopf Unser aller Leben ist endlich Grey Da ist nichts dran zu rütteln Äh Widerlich Ah Hier Lernen die Zombies also Na Schon ready für den Test? Und was mit dir? Hä? Krass oder? Zombies Die lernen Sie lernen wirklich Deswegen gibt's auch manchmal dumme Und manchmal nicht so dumme Zombies Wir werden geboren Und am Ende sterben wir Scheiße Tut das weh Nichts was wir dagegen tun könnten Da weint wieder irgendwo ein Kind Da war ein Kind Oh ja Die Vergangenheit holt uns ein Das einzige was uns bleibt ist Der Zeit dazwischen eine Bedeutung zu geben Jade Hör auf jedes Mal zu verschwinden Ich muss dich jedes Mal suchen Dr. Sarah Crane Retten sie die Leute Sie Haben Das alles Nicht verdient Oh my god Scheiße man Die sind voll drauf Ich hab keine Ahnung Ob das hier richtig ist Damit hier alle gerettet werden können Dann will ich es tun Ich hab keine Jade? Oh Sie ist schon wieder verschwunden Nimm mir das nicht Crane Äh Äh Ich wurde zu früh geboren Die Ärzte dachten ich würde sterben Aber ich kämpfte Gab nicht auf Kämpfte und machte immer weiter und weiter Ich wurde ein Champion Wurde der Skorpion Ich habe meinem Leben Bedeutung gegeben Mach die Tür auf Nicht schon wieder Nun ist meine Zeit gekommen Crane Du kannst mich nicht retten Lass mich dich retten Nein Verdammt Nein Bring mich nicht dazu Oh nein Oh Gott Jade Ich wollte das nicht tun Einer von uns muss überleben Kyle Erinnere dich an dein Versprechen Und wieder Hast du die Entscheidung Nicht selbst gefällt Enttäuscht mich Crane Du 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 und du Geht rein und erledig die beiden Das war's mit Crane Alter Wie sie alle fertig macht Trotz dass sie krank ist Oh Und jetzt kommt die Verwunschung Das ist die natürliche Ordnung Der Dinge getöten oder getötet werden Fressen oder gefressen werden Alles klar Sie hat uns am Ende Immer noch den Arsch gerettet Die gute Jade Erledige diesen Hure Sohn Und dafür werden wir uns rächen An Tahir Nach 1, 2, 3, 4, 18 Versuchen Roh in Frieden Jade Gut Leute Und das war's auch für diese Folge Ich hoffe euch hat's gefallen In der nächsten Folge kriegt ihr Direkt einzigartig mit Wie ich auf die Fresse bekomme von Tahir Falls ihr das nicht verpassen wollt Unbedingt abonnieren Liken Und einen kleinen Kommentar schreiben Zum Beispiel unter dem Video Wie kacke ich gegen Tahir war Ja Also Out rein Leute Macht's gut Bis dann Good night And good luck Outro 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.